Das Internet ist randvoll mit niedlichen Tieren. Selbiges gilt leider auch für viele Tierheime. Tausende Hunde, Katzen und Kaninchen warten in ihren Zwingern und Käfigen auf ein neues Zuhause. Oft vergeblich. Gleichzeitig wechseln viele Tiere über Kleinanzeigenseiten im Netz und kontrolliert den Besitzer. Für den Tierarzt Daniel Medding ein unhaltbarer Zustand. Er grübelt, wie man die Tierliebe der Netz-Community zum Wohle von Tierheimtieren nutzen könnte. Also ruft er mit ein paar Freunden tierheimhelden.de ins Leben. Eine Webseite, auf die Tierheime aus ganz Deutschland ihre Schützlinge stellen können. Die Idee dahinter ist entstanden während meines Studiums. Da habe ich gemerkt, dass es noch viel Optimierungsbedarf gibt bei der Vermittlung von Tierheimtieren. Tierheime sind chronisch unterfinanziert und haben offentlich die Reichweite, die sie benötigen, um ihre Tiere erfolgreich zu vermitteln. Wer ein Tier bei sich aufnehmen möchte, findet dort auf einen Blick die flauschigen und manchmal auch schuppigen Bewohner von mehr als 200 Tierasylen. Vom Prinzip funktioniert die Seite wie eine Dating-Plattform. Sortiert nach Postleitzahl und Tierart, mit Foto und Beschreibung, kann sich hier jeder einen neuen Gefährten aussuchen. Abholen muss man das Tier dann natürlich persönlich im Heim vor Ort. Und die dortigen Mitarbeiter sorgen dafür, dass kein Lebewesen in die falschen Hände gerät. 8000 Mal hat das bisher schon geklappt. Aber nicht nur die Vermittlung von Haustieren übers Internet liegt im Trend. Auch Liebhaber von Echsen, Giftschlangen und seltenen Schildkröten durchforsten das Netz nach neuen Mitbewohnern. Und unter den dortigen Angeboten finden sich auch Tiere, deren Handel nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen eigentlich verboten ist, weiß Robert Kless vom Internationalen Tierschutzfonds. Tatsächlich ist es so, dass man über das Internet sehr, sehr viele Tiere im Angebot findet. Man kann sie kaufen. Mit wenigen Klicks kann man gefährliche, seltene Tiere kaufen. Eigentlich Tiere, die gar nicht geeignet sind, als Haustier im Wohnzimmer zu halten. Aber im Internet ist eigentlich bekanntlicherweise alles erhältlich. Nur selten ist nachvollziehbar, ob diese Angebote legal oder illegal sind. Und auch die Frage, ob man solche Tiere halten darf, ist komplex und von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Tatsache aber ist, viele Halter sind mit ihren Speikobras, Alligatoren und Komodowaran überfordert und trennen sich wieder von ihren Tieren. Wenn diese dann Glück haben, landen sie nicht im nächsten Baggersee, sondern bei Markus Bauer in der Auffangstation für Reptilien in München. Und über zu wenig Arbeit kann sich Bauer nicht beklagen. Bis unter die Decke stapeln sich hier teilweise die Terrarien. Am Internet liegt das in seinen Augen aber nicht. Es wird ja immer so in den Vordergrund gestellt, Internet ist quasi der Zugang zu illegalen Tieren. Ich kann überall auf der Welt alles bestellen. Ja, das stimmt. Ich kann es, wenn ich das mit krimineller Energie tue, sehr wohl machen. Ganz klar. Aber ich sehe zum Beispiel keinerlei Anstieg gefährlicher Tiere oder illegal importierter Tiere in meiner Arbeit. Und die kann ich jetzt über 20 Jahre nachvollziehen. Beim Thema Tierhandel übers Netz prallen zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite Artenschützer, wie Robert Kless, die Wildtierhaltung als Tierquälerei grundsätzlich ablehnen. Auf der anderen Seite Exotenfans wie Markus Bauer, die sich für die Legalisierung einer artgerechten Haltung auch von gefährdeten oder gefährlichen Tieren einsetzen. Beide Seiten nehmen für sich in Anspruch, im Interesse der Tiere zu handeln. Dieser Streit schwelt bereits seit Jahrzehnten und entzündet sich aktuell am Internethandel mit Tieren neu. Darüber, wie groß das Problem vom Tierhandel übers Netz aber tatsächlich ist, weiß man nur wenig. Einigkeit besteht nur in einer Sache. Die Vermittlung von Tieren ohne Herrchen oder Frauchen ist immer besser, als sich ein neues Tier zu kaufen. Egal, ob es um eine Schlange aus der Auffangstation oder einen Kater aus dem Heim geht. Und hierbei ist das Internet definitiv ein Segen. Für Mensch und Tier.